Es ist aus mit uns beiden. Ich ertrag's einfach nicht mehr. Ich gehe. Sind wir mal ehrlich, wenn du deinen Job kündigen willst, ist das doch ein bisschen wie, ja wie Schluss machen. Oder auf einer Party zu früh gehen. Alle gucken, aber warum denn? Ja, das ist aber schade. Und so weiter. Und umso wichtiger ist es, genau diesen Plan ordentlich und sauber über die Bühne zu bringen. Und niemanden zu verärgern, sondern im besten Fall auch noch hier zu überzeugen. Wie ihr das am besten anstellt, im heutigen Video. Mein Name ist Ben und viel Spaß bei Traumjob. Vorab, eine Kündigung sollte gut überlegt sein. Vor allem, wenn es dir eigentlich bei deinem Arbeitgeber gefällt und dich nur, ich sag mal, ja, ein, zwei Dinge stören. Dann sollte man unbedingt das Gespräch mit seinem Vorgesetzten suchen und gemeinsam nach Lösungen schauen. Wenn dieser Punkt aber ausgeschlossen ist, dann solltest du wenigstens ein paar Dinge beachten. Halte unbedingt deine Kündigungsfrist ein. Und wenn es geht, vielleicht schon vor dem letzten Fristtag. Weil stell dir vor, du wirst zum Beispiel krank. Oder unvorhersehbares Tritt ein. Außerdem, je eher dein Arbeitgeber Bescheid weiß, umso mehr Zeit hat er die Stelle nachzubesetzen und desto fairer wird er dein Abtreten auffassen. Wenn es nicht anders in deinem Vertrag steht, gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen von vier Wochen zum ersten oder fünfzehnten des jeweiligen Monats. Ganz wichtig, deine Kündigung sollte nicht vier Wochen vorher bei der Post eingeworfen werden, sondern vier Wochen vorher auf dem Tisch deines Arbeitgebers liegen. Bevor du mit irgendjemandem auf der Arbeit darüber redest, solltest du als allererstes zu deinem Chef, also deinem direkten Vorgesetzten gehen, das persönliche Gespräch suchen und dann erst deine Kündigung entweder direkt bei ihm oder in der Personalabteilung einreichen. Hat etwas mit Anschein und Respekt in meinen Augen zu tun. Und nicht vergessen, unbedingt unterschrieben. Versuche auch in deinem persönlichen Gespräch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Bedeutet, unbedingt sachlich bleiben, auch wenn das nicht immer leicht ist. Na klar, ich meine, in den meisten Fällen kündigt man ja auch nicht, weil alles super Sahne war. Aber auch hier gilt, be clever. Es bringt dir auch nicht wirklich etwas, außer vielleicht ein kurzweiliges Gefühl von Genugtuung, wenn du dort wie eine Furie ablederst. Denn, denkt auch hier immer an euer Arbeitszeugnis, was ja nicht unbedingt unwichtig sein kann. Wenn ihr aber unbedingt Negatives anbringen wollt und nicht nur sagt, dass es Zeit für einen Tapetenwechsel für euch ist, dann empfehle ich euch, nach dem Sandwich-Prinzip vorzugeben. Erzählt etwas, was euch gefallen hat. Dann etwas, was euch nicht, also was nicht wirklich euren Vorstellungen entsprochen hat. Und zum Schluss nochmal etwas Gutes. Psychologisch die beste Variante, einem schon eine Message mitzugeben, aber dennoch gut dazustehen. Bedankt euch auch bei euren Kollegen, verabschiedet euch ordentlich. Wenn euch danach isst, auch gerne mit einem Ausstand. Denn eines ist klar, nicht nur der erste, sondern auch der letzte Eindruck zählt. Und am liebsten geht man doch mit einem, schade, dass sie oder er uns verlässt. Besser als ein, zum Glück ist sie oder er weg. Vergiss nicht, deinen Resturlaub zu klären und frühzeitig dein Arbeitszeugnis anzusprechen. Zusätzlich packe ich euch mal ein einfaches, vorgefertigtes Musterkündigungsschreiben unten mit in die Infobox. Wenn du selbst einmal Erfahrungen dort gemacht hast, heißt, du bist zurück zu einem alten Arbeitgeber gegangen oder vielleicht hattest Probleme bei deiner Kündigung oder hast sonstige Fragen, packt mir diese doch einfach mit unten in die Kommentare und ich werde mich natürlich diesen annehmen. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst uns doch einen Daumen da, gerne auch ein Abo und ich würde sagen, wir sehen uns schon bald wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und Ben raus. Ciao.